Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft, oh Gott, ihr seht, es gab ein neues Texture Pack, neu, oh, äh, ja, genau, das Weihnachtstexture Pack ist jetzt unten am Inventar, oder an der Dingsleiste hier, das ist noch, oh Gott, das ist noch, äh, das Weihnachtstexture Pack, das behalte ich ja bis Anfang Februar, aber danach, äh, kann ich nichts mitnehmen, sieht auch krass aus, irgendwie, mit meinem Sixpack. Hier, egal, ähm, genau, das behalte ich noch, dieses Texture Pack, das Weihnachtstexture Pack, oder, teilt zumindest, aber die Höhle, oder allgemein, das meinen, fand ich, sieht einfach nicht, alter, was, Maragd oder Diaz, wir werden es gleich sehen, ähm, äh, hey, ich hab noch nie gesehen, dass 3 Maragds beieinander gesponsert sind, oh, lo, ähm, genau, da nehmen wir auch noch ein bisschen Redstone mit, auch cool, warte, ich will den Ding, gerne kurz zu bauen, wasserfrei, der nervt, so, und, wieso, wieso, das verrottet ist vielleicht, haben wir noch, cool, wir haben keine coolen, ja, moin, noch hier, nice, also, ich finde, dass dieses Texture Pack sieht viel besser aus, jetzt, das ist halt ein bisschen mehr detaillierter und so, so realistischer, als das, was wir vorhin hatten, und, ja, das finde ich, das finde ich noch ganz geil, so, weißt du, wir machen einfach direkt, weil jetzt haben wir keine Sticks mehr, aber egal, oh, lol, das ist noch mal Smurra, nee, das sind doch safe Diaz, ey, kann ich mal mit, lol, das ist auch noch Eisen, wahrscheinlich, nee, das sind keine Diaz, ach, das ist Lapis, ich dachte schon, das ist irgendwie, also, Birkis auch, deswegen können es gute Diamanten sein, aber ich dachte, nee, nee, weil, so nah, Diamanten beieinander, das ist doch so wahrscheinlich, das ist, glaube ich, auch noch Eisen, oder? Herze sehen irgendwie auch noch geiler aus, finde ich, was, wieso sieht denn Slapis so blau aus und da ist er jetzt noch so grün, also ein grün, Tatsche auf jeden Fall, ist ja auch egal, ich nehme hier auch nochmal das Redstone mit, vor allem wegen dem Level, die wir der letzten, vorletzten Folge verloren haben, weil wir ja schon wieder gestorben sind, aber kann ich hier noch Kohle mitnehmen, Kies brauchen wir nicht, wie Kohle geht, ja, das reicht, also, das ist ja eine riesige Höhle, das ist ja übertrieben, das ist ja übertrieben, das ist ja übertrieben, nichts mehr, oh, lol Ah, Also jetzt habe ich richtig viele Erze das hier übertrieben. Denn das ist Wahnsinn. Aber nein. Das ist aber nein. Aber dann ist es... Boah, ich bin fast reingeplumpst, Alter. Das wäre nicht so gut gewesen. Äh. Dein Bar sind noch keine Dias. Redstone nehmen wir natürlich auch mit. Eisen nehmen wir aber glaube ich nicht mehr mit, weil wir haben oben halt noch richtig viel. Wir haben hier allein ein Stack. Das wird sehen. Ja, aber hier ist schon mal eine kleine Dias und so. Geht erst noch mal Eisen. Nehmen wir doch noch ein bisschen mit. Probably ist auch noch Redstone. Den werden wir natürlich auch mit. Ist richtig. Mit die Level. So. Okay. Hier ist auch noch Redstone. Ich weiß nicht, ob ich das alles nicht abgebaut habe. Ah, ist gleich mit 15. Ich weiß auch gar nicht, was sollten wir denn mit dem Redstone alles machen. Da ist gerade irgendwo eine Fledermaus gestorben. Das ist ja auch noch weiter. Ah, ne. Hier oben. Da ist wieder Napis. Oh Gott. Oh lol, der Kiefer sieht ja geil aus. Gerade nicht bei Krong, sah der doch auch so aus. Oh Gott. Warte mal, der hatte ja gerade einen Trollface. Hier. Noch mal ein bisschen Napis. Ist auch gut Level und ist wichtig zum Verzaubern. Das Eisen lassen wir jetzt mal. Ich finde jetzt auch noch was. Ich soll wieder essen. Ich darf das nicht vergessen, ey. Sonst kommt wieder ein Creeper und wir sind lowlight und dann sind wir tot. Mann, ich hasse das ja. Wenn man so Wasserfälle in der Höhle sieht. Aber wo Höhle? Was ist das eigentlich für eine kranke Höhle? Die ist ja riesig. Nicht mehr normal. Oh, Lapis. Wirklich nicht normal. Aber hier ist einfach nichts. Hat sich ja null gelohnt. Wow. Ähm. Aber hier geht es noch weiter. Können wir auch noch kurz mitnehmen. So. Ich habe immer noch keinen Film. Alter, habe ich mir erschrocken, ey. Oh. Was? Was? Boah, habe ich mir erschrocken. Oh. Rettet ja auch nicht damit, dass man einfach ein Creeper auf einen runterfällt. Normalerweise. Ne. Jetzt geht es hier auch noch Wasser. Da ist aber nichts mehr. Ah. Okay, dann. Haben wir jetzt, glaube ich. Ne, es ging noch. Irgendwo ging es noch weiter. Ich weiß aber nicht wo. Hm? Ah, ne. Wie old sind wir? Irgendwo hauen. Sieht aber auch alles so gleich aus. Ah, hier ging es noch weiter. Okay. Das ist einfach ein Redstone. Ähm. Hauen wir das kurz mal zu. Ich kann eigentlich so. Auch weg. Hier ist nochmal Lapis. Jetzt nichts mehr. Okay. Und Redstone natürlich. Okay. 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 So, dann können wir jetzt hier auch noch weiter. Alles zu schneiden. Alles zu erdeweilen. So. Nichts machen. Ich muss einfach wieder genau aufgeben hinter Kohle. Ich muss einfach nur aufgeben hinter dem Himmel gefallen. Ups. Er hat ja auch eine 6-Becke. So, und jetzt. Wo geht es zurück? Aber hier hinten, oder? Ich glaube, wir kamen von hier hinten irgendwo. Irgendwo. Ja, hier ist auch das ganze Zeugs. Hinten sollte. Ups. Ne, warte. Ich glaube, wir kamen von hier. Da geht es nochmal weiter. Egal. Ey, nein. Oh, mein Zombie. Wo kamen wir denn? Das ist komisch. Manche Zombies haben den Skin von Weihnachtszeugen. Und manche nicht. Okay. Resting. Hä? Ach, hier ist auch noch einer. Haben wir von hier? Ah, vielleicht vom Minenscha. Das könnte sein. Es könnte tatsächlich sein, dass wir hier irgendwo kamen. Hier ist ja auch nichts. Ne. Das ist... Das ist verwirrend. Oh. Äh. Okay, alles klar. Ähm. Wem hier? Weißt du? Ja, stimmt. Hier war ja auch diese Chess. Genau. Ähm. Wir könnten hier. Cardin reinmachen. Und Joris. Jetzt bauen wir auch nicht so viel. Jetzt bauen sie einfach aus wie so ein Rubin. Und hier ist noch eine Chess. Okay. Moment. Ja, aber jetzt wissen wir immer noch nicht, von wo das hier kam. Oh. Moment. Ja, und sonst graben wir uns ab hoch. Können wir es nicht mehr finden. Ich weiß auch nicht, ob wir noch in der Höhle, also in der Schlucht selber. Vielleicht hier? Ne. Leute. Leute. Jetzt sind wir wieder hier. Ja. Keine Ahnung, wo du bist. Naja, ich glaube. Ich glaube, ich baue mich einfach jetzt nach oben in der nächsten Folge. Also und dann. In der nächsten Folge werden wir auf oben weiterspielen. Und, äh. Kommt da noch was gelöst. Alter, der Skeletti der Ops eigentlich auch. Die haben auch irgendwie. Die sind ja auch nice aus. Ops. Ähm. Ich dachte, der ist gestorben. Dann brauchen wir unbedingt wieder ein Schild. Okay, äh. Ja, dann. Leute. Was ist mit dieser Folge? Werkt das Video? Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Oh, is it what do you see? As it twists the tiles beneath all my feet? What do you see? Oh, is it 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 what do you see?